Kölscher Test. Erstmal, wo nix, gut nix. Das meinst... Ich denke, das versteht noch jeder. Also, wenn man selber nichts macht, dann kommt aber auch nichts rum. So würde ich erst das mal beschreiben. Von nix, gut nix. Von nix, kommt nix. Von nix, gut nix. Heißt wahrscheinlich, von nix, kommt nix. Sagt ihr dann, ob es richtig ist, oder nichts? Wir leben nur einmal. 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 Ich glaube, das würde die Jugend heute mit YOLO übersetzen. Ah, ach so. You only live once? Du liebst nur eins? Einmal? Drei. Es hat immer noch gut gegangen. Es hat nur immer noch gut gegangen. Es ist noch einmal gut gegangen. Es hat immer noch gut gegangen. Es ist immer noch gut gegangen. Es hält immer noch Jodje, das ist ein kölsches Grundgesetz, dass es am Ende dann doch immer gut klappt, gut geht. Bleib wie du bist, also bleib wie du bist, bleib wie du bist, bleib so wie du bist, verändere dich nicht. Bleib wie du bist, bleib wie du bist, bleib wie du bist, ist das nah? Gibt, ist das richtig? Gibt es meistens Knie. Ist das französisch? Auf dem Is geht es meistens Knies. Da muss ich sagen, da muss ich selber überlegen, ob dem Is. Auf dem Eis gibt es meistens Knies, denke ich, Ärger, Streit. Angeriefen, angerufen, angefeuert, angeriefen, angeriefen, keine Ahnung. Angeriefen, wir haben hier einen Betreuer, Franz Scholz, der ist unsere kölsche Legende. Und wenn ich das Wort sehe, dann denke ich an ihn, wir anrufen. Angeriefen, Attack, Sturm, weiter, weiter, Angeriefen. Äppelschoner, Schienbeinschoner, Knieschoner. Schienbeinschoner. Was sind nun mal die Äppel? Äppelschoner, irgendein Schoner von welchem Körperteil, was sind nun mal die Äppel? Ich weiß nicht. Ellbogenschoner. Apfelschoner. Apfelschoner? No? Es ist... Es ist Apfelschoner. Das ist nicht Apfelschoner? Die Kufenschoner. Die Kufenschoner. Po oder... Sackschutz? Kopfschoner oder Helm oder das? Ein Helm? Ein Helm ist richtig. Sehr gut. Und Kamezöle? Das weiß ich lange auch nicht. Kamezöle? Ist das wie ein Dome? Kampf. Kämpfen. Entweder einen zusammenfahren oder sich mal kloppen. Kloppen ist richtig. Wow, das ist sehr schwer. Und wir halten zusammen, K.E.C. Und wir kämpfen zusammen, K.E.C. Auf dem Himmel oder Hall, wir sind High, wir sind Kohler. Und wir halten zusammen, K.E.C.